bald habe ich ein zoom ein zweistündigen zoom über leadership leadership in dein leben dass du der leader deines lebens bist und ist bereit bist in allen situationen auch die nicht so angenehmen auch die spaßigen mit familie beruf lieben denn wenn du bereit bist der leader zu sein fängst du auch an vom königsreich von wir zu funktionieren und du willst von diesem space in diesem raum viele benutzen sehr viele werkzeug und so weiter damit man mehr für sich bekommt und das ist total geil es verändert unser leben aber irgendwann wurde ich selbst auch sehr neugierig was ist darüber hinaus wie kann ich diese welt inkludieren was ist da noch mehr möglich für mich und die welt was sind alles was ich will auch im riesen beitrag ist verhandelt bin ich bereit die welt auch in meiner welt zu empfangen wahrzunehmen und von diesem space auch zu wählen bin ich bereit ein leader zu sein an meinem arbeitsplatz egal ob ich jetzt ein chef bin und boss bin oder was immer oder meinem eigenen business mit meinen kindern mit meinem partner oder nur mit nachbarn was ist da alles noch mehr möglich und da würde ich euch einladen in ein gespräch der veränderung bewusst sein wir wollen uns bewusst werden was es auch ist und sein kann für dich und dann auch wie es in action wie das umwand ist es zu sein und dann auch wirklich zu integrieren in dein leben zwei stunden ein anfangen für uns wieder unser leben zu sein bis bald